moin die dritte runde von patron genau ich guck mal was unser dörf gemacht also nicht die dritte runde die dritte folge so rum ist ja nur eine demo das ist hier kann ich anklicken kann auch nicht näher ran also das ist das maximale mehr geht nicht so lass mal gucken lass mal gucken was wir hier haben wir zu dem fische das ist der trader also moment ich muss wieder die maus umstellen so dass der fischer inventar 6 produktion 315 haben wir auch hier dass da doch kurz gucken ach klamotten haben das sehe ich jetzt schon dass das wieder dass das hier wieder wix wird und die klamotten so war der annehme hier hoch ach so ach okay das ist wie wenn man so wie das tagebuch und das sehe ich eigentlich hier wird der wäbel in dem was was jungen hier ach hier ist raster okay dass man kurz das raster gucken weil sie eigentlich das rote da kann ich nicht bauen sie zuhause rot kann nicht bauen so hier kann ich die dinge hast okay turn off grid turn off grid turn off grid nach mit g alles klar minima brauchen wir nicht so was will denn der jetzt von uns hier dass wir kurz gucken wir haben was haben wir eigentlich hier wenn die eigentlich irgendwie erwachsen ich weiß auch nicht was haben wir hier im hause was ist denn das ach das ist die die dings unterkunft den hammer den hammer fahren wir fahren können wir nicht upgrade gatterin was ist denn das eigentlich das ist die säge mühle okay ist der forster exposition 1 was macht denn das ding überhaupt wirklich achtet ist der workers lot ok treppertrain und kummer hunting das ist hier ein fallsteller der macht mehr leder bonus ok was ist das hier dass der workers lot ok das machen wir jetzt aber nicht ich wähle production buildings so was haben wir denn jetzt hier kohlenmine ach hier kohlenmine ironmine was brauchen wir da eigentlich als nächstes der macht stein das ist der mit den herbst wir haben hier oben mit den kräutern haben wir hier noch ein hat das der forrester warum eigentlich nicht dass der forrester aber wir haben doch eigentlich wo ist ein moment wir haben doch hier bist du da ja hier okay das ist ja neun erdbeeren danke neun erdbeeren braucht man das ist die säge mit ist der herbe list ja aber fischermans hand ironmine hier wird es ein bisschen gar so was ist denn jetzt was ist denn das jetzt eigentlich bist du eine steinmine könnten könnten ich warte mal machen wir hier das ist eine eisenmine ach so warte mal nee warte mal hier der produce stone ja gut der muss ja irgendwo herkriegen und für was brauchen wir den den stein was ist das für eine mine die kann ich einfach irgendwo hinsetzen aber ich kann das nicht anklicken kann natürlich sein dass der kohle aus dass der kohle aus holz macht holzkohle deswegen hier ist ein fuchs hier sind auch bären das scheinen pilze zu sein deswegen wir machen mal weil ich das da oben sehen eine kohle mine wollen wir nicht mehr machen hier eine kohle mine hin und noch eine verwegung kann man ja einfach so machen ach so heute macht er so mir vergessen und lass mal so und noch mal so noch mal so hier er fliegt so dann haben wir wohl wahrscheinlich macht er das also ich sag jetzt einfach mal wahrscheinlich macht er das aus ich mach mal hier stufe zwei so kann man hier ist der gett wie was hatten defendings aber moment 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 mit expansion nie will ich wer merkers müsste der wat please notify the king has wie accepted wie accepte gift also wir nehmen das an 37 feier wird okay dann machen wir wie viel haben wir denn wie viel uhrjahr august ist meine ich so august ist das jetzt mal das ding hier wieder hin danke aber das nicht kaputt machen also du hin wie schaffst du das jetzt hierhin was für inventory 2 verstehe ich nicht warum in fischer ach abgib das ist ganz schön viel wenn der 1 2 der musste ja 30 mal dahin latschen jetzt du es da und regen da musste ja 30 mal dahin latschen das ist natürlich auch ein bisschen machen wir hier schneller ich würde mal bitte mal eine kohle mine bauen da hinten ist eben ein baum gefallen baum fällt so du hat ein hammer in der hand da lag da noch gar kein material könnte mal ein bisschen umpuppen bitte so mach hin alles klar wieder auf 1 aber der braucht zwei von diesen viechern wie viel hammer eigentlich von denen kann ich das gleichzeitig aufmachen der zache ein worker nur das brauchen wir mal weniger noch mal den so aber warum wieso hatten die jetzt da den nicht hochgezählt ich habe den hier weggenommen ach jetzt hat die brauchen immer oder was nur hier die schleppen baumstamm lassen wir den werker da jetzt will ich mal wissen ja der produziert kohle von was effizienz 33 prozent da gehst du schon los jetzt muss der da wahrscheinlich kommen ist das die jetzt so ja aber von was machten der das ich sehe hier noch gar nix genau weg hier abkipp minus zehn prozent produktion der baume eisen workers das brauchen wir nicht der macht das von nix und nur 33 prozent ja wahrscheinlich erstmal nur einer drin ist so von zweien aber der hat die die eigentlich alle hier belegt dass sie denn es nur hier das ist doch eigentlich hier das ist was war das jetzt mal feier wurde dann kohle kohle ok so weit so gut was braucht man hier noch hier bilden das will ich nicht ach hier kann ich komme hier und wo geht das hier was ist das was ist denn das metall metall ist das ok jetzt haben wir es das ist stein machen wir hier das metall weg und das ist hier stein bestimmt ja obwohl ich das auch weg so eben kommen wir der sache doch näher was bist du so dass das das dann weiß ich zwar nicht warum aber wir machen aber warte mal wenn ich das jetzt sind das metall hier ach das kann ich nicht wenn ich das kann ja nicht der muss ja iron machen ok und der hat hier stone ok hoch 8 oktober kommando da sieht es aber auch ein bisschen übel aus aber das sieht man wenigstens mal was hier drunter ist ne was ist denn das hier ok was bist du sieht aus wie so ein unterschlupf für irgendein tier ne nichts desto trotz habe ich hier irgendwie weine mal construction goods die haben wir doch schon oder nicht die haben wir nicht ok dann haben wir das mine haben wir das ist effizienz vor ja wenn das wie viel kohle haben wir denn 547 trekking in grieße das ist alles erhöhen jetzt aber schnell sind wir sieben tage rum was halt auch stufe fünf habe ich so research dann so arbeiten production oft das konnte ich doch eben schon machen hier das ging doch eben schon dass das hätte ich doch eben eben hier hier klamotten das ist leben ich weiß noch nicht ob das da alles drin ist ne dekorativ dekorativ brauchen wir nicht werden hier nicht dekorativ distillerie warenhaus kändelschop windmühle schneit liebe freunde der aber aber hier ist doch eigentlich wieso kriege ich denn das hier nicht der town center wo ist denn hier bist du der town center nah du bist es doch eigentlich overview details townhouse ach guck mal ach guck mal jetzt kann ich da was wählen und zwar construction goods construction goods plus 20 prozent kosteinfluss und 520 im jahr ich glaub dir mein schwein pfeift ist das eigentlich alles das gleiche ja das schneit kann es sein dass aber ihr habt doch eigentlich was zum heizen wo man die isolieren ihr seid jetzt die happy people und ihr wurde jetzt isoliert also ihr habt jetzt hier besseres dach und so bekommen bist du auch was kostet das zeugs 20 und 5 macht er sofort mit da oben abgezogen aber aber akutiert firewood aber kohle wollen sie nicht wirklich nur eine kohle nein will ich nicht ab gibt zehn prozent 150 im jahr das natürlich viel den habe ich noch nicht so ganz geschnallt was ich aber überhaupt nicht geschnallt macht das mal auf zwei bis heute nicht was bist du eigentlich auch du bist die siegen müde produktion reduziert okay das ist nicht zwar jetzt aber mal ganz ganz lass uns noch mal hier zum research gehen wir können ja hier noch mal drüben gucken stone road brauchen wir nicht hier ist clay das ist der lehm field corp field corp field corp ja hier kann ich was ich anbauen kann catering hall heute okay das aber weit macht es mal kann ich hier nicht auf stufe 5 doch kann ich reisen braucht das ding das kriegen wir aber hin auf 500 ich glaube mein schwein pfeift okay brauchen wir nicht brauchen wir nicht food production ja erhöht die effizienz ja noch gar kein feld minus 1 grad 0 sehr schön gibt gas alle an der gruppe kommen mich gleich klamotten zack der war doch mal was allo kunst ok klar worden so das mit der kohle das habe ich noch nicht geblickt so eben haben was bäumstämme haben auch mehr als genug kohle nicht wirklich und das sind eigentlich die werker die das wahrscheinlich ja abreißen und davon haben wir nur zwei kann ich eigentlich im winter die viecher umstellen ich brauche kein dreh warte mal dann haben wir ja gebaut der kommt doch alle paar tage nur mt ship a rifle 66 idee ist also in 60 tagen weil ich lassen mal da drin kann ich hier was einstellen ich lasse mal da drin ich nehme nicht raus so das nächste im bild ist das so wir bauen nämlich da brauchen die 500 was ist das ok da müssen wir ein stück warten brauchen wir die 500 jetzt haben wir dezember gleich weihnachten jahr 1 wir haben auf jeden fall jahr 1 überstanden also ich habe jetzt hier nicht irgendeine warnung dass es den leuten eigentlich nicht gut geht was kann ich denn eigentlich im winter der fischer friert das hier zu tut es nicht was heißt überstanden lass uns mal schnell hier was gucken was jetzt also dass uns mal stehe hier was gucken feier gut sollte eigentlich klappen hört ok leder wir haben aber leder kommt von dem okkohle ist noch da erdbeeren können sie essen das ist auch toll das war's dann das ist januar liebe freunde es ist januar wir brauchen 500 jetzt hat man mehr steuern was kann ich eigentlich verkaufen wo kommt kommt der typ jahr 2 so zählt nicht so und wahrscheinlich nur 30 tage oder so das ding 150 abgibt das ist auch die kohle wegballern das nehmen wir da mal weg jetzt will es nur nicht dem den rausnehmen den hier weil ich nicht weiß ob dann geht das ging jetzt eigentlich jetzt runter dann ging das nicht runter des januar was steht denn da ach ja hier sammler was ist das denn blackberry okay effizienz ja dann nimm mal blackberries huch was jetzt los warte okay das geht schon los und dann pagana or not we want to choose helping hand what nix ist und dann sogar keine potatos wie wieso können wir denn 66 pot hm kann ich hier was anderes wir haben wir doch gar nicht werde ich ich gibt es dir nicht könnte mal vergessen das gewitte nicht gibt es nicht hier so bitte jetzt haben wir gleich ja noch rum wir sind hier immer noch 60 tage 60 tage jetzt mal gucken wenn es in der februar um springt geht es eigentlich schneller doch ja geht schneller gut wahrscheinlich mal jetzt so schnell und dann merke ich dass irgendwas nicht hinhaut so viel vor 60 tage was housing was wie was haben wir hier irgendwie haben wir wer wohnt jetzt da drin alter wie denn was ist das jetzt wieder machen wir hier nochmal eins hin mitten im winter das finde ich jetzt aber wieder ein bisschen ganz komisch kann jetzt nicht auch abreißen ehrlich wieso geht denn der nicht jetzt sind sie da drin tatsache na toll na gut haben wir neues haus du bist immer noch bei 60 tagen ja danke was ist denn no food in warehouse ich sag's noch können jetzt weiterhin arbeiten nee hör du mal mit deiner blöden kohle auf abgib null brauchen wir hier mehr transport und du du machst hier halt dein ding bei 60 tagen ne was ist ja hier food 6 was zählen denn da als food zählen da nicht die dings auch als food hab ich jetzt eigentlich die hat er zu den workers jawohl fünf worker miner miner oder ist das die mine hier oder ist das die mine hier das ist die kohle mine brauchen wir jetzt nicht wir haben auf jeden fall köstler produktion 50 drei tools weil sie sind jetzt wieder no food in warehouse ja ich mich doch mal mehr und du komm mal hier du forrester so habe ich einen 2 forrester ach so bin ich in den bäumen stimmt getter 2 produktion dann nehme ich noch mal ich nehme noch mal die 30 mit so wir haben Spaß jetzt größere kürbe eben hatten wir schon über 500 no firewood im stock ja ja ihr kriegt ja feier wird aber das ist das hier der braucht früchte was ist jetzt schon wieder los ja 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 ist doch gleich vorbei ist ja schon mehr hat's okay mit dem frieren kommen sie so 505 505 research bitte danke aber jetzt machen wir hier nochmal auf 10 die ganze geschichte hört auf zu frieren wir haben holz jetzt haben sie kein essen jetzt haben wir gleich wieder essen 16 stopp äh stopp mal äh wat mein ort sind list of requests no official reason has been noted okay keine was will der qualität religion äh ja der hat uns aber auch schon gegeben wir geben ihm 53 holz wieso haben wir jetzt eigentlich kein äh kein doch da könnt ihr mal hier das bitte weg machen die nerven mich nämlich hier und deswegen machen wir die jetzt hier weg so was warst du weißt du hier ist ja so können wir jetzt hier mal endlich nein das ding bauen hier da sind sie crop field okay ohne range und jetzt kommen wir hier nochmal schnell 60 tage weißt du was du kannst mich mal hier äh out over and out weg mit dir so wir sehen uns in der nächsten folge machen wir das field alles klar bis dann ciao